Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und Leute bevor ihr euch fragt Jo, wieso steht da 28 Tage noch oder was weiß ich oder warum hast du nur 103 Leute, ich nehme das hier ein bisschen im Voraus auf, tut mir leid, weil auch nächste Woche ist bei mir ziemlich viel los Ich muss jetzt ziemlich viel auch vorproduzieren, tut mir leid Aber dafür wird es ja trotzdem morgen um 16 Uhr den absolut krassen Livestream geben Morgen am Montag, Alter, wirklich auch wieder ein bisschen länger wie beim letzten Mal, wie am Donnerstag Und ja, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall alle am Start, ich habe Football, Free Sevent, so viele Punkte aufgespart Also seid dann wirklich mal alle am Start, es wird wieder zu wild und ich kann es eigentlich nicht häufiger sagen Es ist einfach nur krank, huch, jetzt bin ich einfach auf den Shop gegangen, das war es komplett Nein, Leute, wir wollen nämlich jetzt reingehen hier ins Toti-Card-Design Ich habe ein komplettes Toti-Card-Design mir erstellen lassen Vom lieben FM-Master, richtiger Ehrenmann, hat alle Karten erstellt Außer halt die Toti-Nominees, aber ich glaube, die sind für uns alle nicht so wichtig, huch Also Toti-Nominees sind nicht mit inbegriffen Dafür aber trotzdem Event-Icon und Prime-Icon, also alles ist dabei Richtiger Ehrenmann, ich kann euch jetzt auch mal alles einblenden Zuerst fangen wir mal erst mal mit allen Spielern total an So, da könnt ihr hier mal das Design an sich nochmal sehen, hier mit dem Blau und dem Lila Und jetzt kommt auch schon die erste Karte und das ist natürlich Lionel Messi, den 96er Danach kommt nochmal Trent Alexander-Arnold schon, hier von Liverpool auch Und natürlich auch noch eine mega nice Karte hier von Lewandowski, wahrscheinlich auch, die viele spielen würden Äh, natürlich auch Mbappé muss auch am Start sein Und auch der Erling Haaland, der ist auch am Start hier, mega nice Und zum Schluss hier auch nochmal Ronaldo ist hier auch dabei Und Leute, von diesen Spielern sind Trent, Messi und Lewa free to play Aber halt eben nur einer davon, das heißt die anderen, äh, dafür muss man nochmal ein bisschen was blechen Okay Leute, jetzt habt ihr alle schon mal die richtigen Totis gesehen Ähm, dann gibt's nämlich noch die Shop-Angebote Und zwar hier das Reihenangebot, davon halt den ersten und den zweiten Spieler Okay Leute, als ersten Reihenspieler habe ich hier Joshua Kimmich, äh, 94er von Bayern München Und als zweiten gibt's hier Sadio Mane von, äh, Liverpool Auch eine mega nice Karte, wie man hier sehen kann Yo, jetzt habt ihr's auch nochmal gesehen Und, ähm, davon, ähm, habe ich nämlich jetzt hier nochmal eine Event-Icon Das ist in diesem Falle, äh, Karls Pujol von Barcelona 93er Event-Icon hier am Start Diese Event-Icon würde euch 12.500 Gems kosten Und zu guter Letzt gibt's hier auch nochmal, ähm, ja, die Prime-Icon Auch nochmal hier am Start eine richtig, richtig krasse Karte Und die Prime-Icon ist Zinedine Zidane Richtig nice, 98er ZOM-Karte Also wirklich absolut babamäßig Und diese Icon würde euch 25.000 Gems kosten Yo, jetzt habt ihr alles gesehen Ich hoffe, euch hat das, äh, Kart-Design ein bisschen so gefallen Und ihr seid schon mal gehypt so auf das Toti Mal schauen, ob, wie's so kommen wird Aber das ist schon ziemlich, ziemlich wild Äh, was da alles so an Karten da waren Und, ja, Leute, dann schreibt auch gerne eure Meinung Also alles mal in die Kommentare, in den Chat oder was auch immer Und dann würde ich jetzt mal sagen An dieser Stelle, äh, wir sehen uns morgen wieder im Livestream Ich hoffe, ich seh euch alle im Chat Und dann bis zum nächsten Mal Und Tschüss Tschüss